Hallo und willkommen zu der dritten Runde Magica. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich an. Schön, dass ihr alle dabei seid. Gucken wir, wie wir heute kommen. Wir werden wieder so eine Stunde umverspielen. Na, wo ist meine Robe? Da ist sie. Und legen wir los. Aber die Belagerung war auf. Und die Menschenarmee bereitete den Gegenantrieb vor. Bei Sonnenaufgang waren es Tausende, naja, Hunderte, aber ganz bestimmt 50 standhafte Männer. Dank der jüngsten Teambuildingübung waren sie schwer auf Zack und bereit, den furchterregenden Kriegsherrn Kahn zu besiegen. So. Attacke. Okay, das sind... Oh, wow, wow. Ganz ruhig bleibenden Freund. Oh! Das fängt ja schon mal gut an hier. Ah, also jetzt ist... Unglaublich. Jetzt komme ich hier weiter. Aber nicht, wenn der mich trifft. Ach, Gott. Der haut hier aber auch rein. Das läuft jetzt gerade gar nicht. Oh, das wird eine lustige Runde heute. Wenn ich schon schon wieder so losgehe. So, ich muss schon mal fahren. Oh, Manni. Oh, Manni. Oh, Manni. Oh, Manni. Oh, es wird ne harte Runde. Oh, Manni. Oh, es wird ne harte Runde. Wow. Oh Gott, bitte nicht. Verdammt. Was haben wir hier für Zauber, Donnerkall, Regen, Zeitzernierung, Zunichtung, Verwirrung, Wiederbelegung, Haast, Regen, Feuersturm. Feuersturm. Ja, ob das jetzt so gewollt war. Äh, ja gut. Ähm. Das müssen wir ein bisschen konzentrieren. Der gehört schon ziemlich rein. So. Bist du dran? Mann, 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 ey. Ne, ist das schon wieder ein Auftakt hier. Aber man merkt, das Spiel wird immer schwerer in der Zeit. Ja. Hier ist alles nichts. Na, wo schnau? Ah. Ich bin gelieb. Woah. Mann! 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 So, das war's. So, das war's. Ah, drauf gehen, drauf gehen. Boah, Mensch. Ja, jetzt geht's. Boah. Der Streit. Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr schwer Runde für mich. So. Ja, ein bisschen auf den Stimmen. Gehoffen, dass es besser wird. Boah, das kommt halt in den Lippen. Ich sehe mich nicht auf die Fläche. Na, na, ja, ja, ja. So, wie geht's? Das ist wirklich Resenkt. Okay. Oh Gott, war das im Kampf jetzt. Oh Gott. Ich glaube, ich will mich jetzt schon dafür entschuldigen, wenn wir heute nicht allzu weit kommen. Oh Gott, ich will mich jetzt schon durch, gib mir den. Donnerklinge und was kann die? Die kann Mittel, ah ne, doch nicht so toll. Hey, lyssna! Niborgel, lieber zu sein, komplett zu spielen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Was ist das? Feuer und Blitz ist auch noch ziemlich effektiv. Komm jetzt noch ein Ticker. Hau mal der Bombe weg. Jetzt habe ich mich selber angezogen. Ist doch klar! Na, Feuer und Blitz scheint auch nicht so schlecht zu sein. Das werde ich mal im Auge behalten. Shit! Das war's für heute. Ah. So. Was ist das? Stab des Lebens. Kann. Regeneration Aura. Und wieder beliebt. Hm. Was konnte der andere? Der andere kannte. Hat zwei passive Fähigkeiten. Körperresistenz, Aura. Verdoppelt immer so. Ja. Und Treva. Ich walge. Kann ein bisschen mehr. Aber bleibt. Kann. 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 Das ist ja ein Checkpoint, ach wie ich mich nach dem gesehen habe. Das ist ja ein Checkpoint, ich habe mich über die Ange-Gerate und die Ange-Gerate. Heiß, alles klar. Das ist die Lüste, die Rutspatie hier. Das war's. Oh 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 Was? Was? Kann mir jetzt Wasser fallen? Ich bin ja auch neu. Ei, 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 ei! Ich hab das. Dramatische Hälfte. Wir müssen hier ein paar Hälfte laufen. Das kommt jetzt. Jetzt ging es einigermaßen aus dem Boden. Jetzt wird es schon wieder mit dem... Ach, hör doch auf jetzt. Ich pack's nicht. Geil, ich stelle mich gerade wirklich so dumm an. Ah, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, nein, nein, nein. Es ist doch klar, dass ich mich jetzt gerade selber... Okay... Also, mein Gott, warum wird es so schwer jetzt? Oder vielleicht doch. Ich habe mein Ding wieder, meine Gegenstände, was ich zu der Ruhe bekommen habe, was ich Anfang der letzten Folge schon ablegen musste, weil ich etwas besseres hatte. Wahrscheinlich, weil ich da im Wasser gestorben bin, weil ich mir mal aufheben konnte. Okay. 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 Drücken wir den Hebel, oder ziehen wir den Hebel, und rüber geht's. Oh, es ist so schön an der Hebel. 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 Oh, es ist so schön. Oh, es ist so schön an der Hebel. Oh, es ist so schön an der Hebel. Oh, es ist so schön an der Hebel. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 ich weiß bevor du irgendwo rauskommst quirl ich dich jetzt erstmal so, da hoch gehts auch noch jetzt hab ich den gar nicht sehen auf, jetzt fall um jawohl und da ist der Hebel ach, zum Glück ach, zum Glück hab ich den schon kaputt gemacht ha erstmal die Rüstung zu stellen vor mir ganz und jetzt jetzt noch ein bisschen gegrillt ach, das macht richtig Spaß mit Blitz und Feuer einfach spitze Damage over time und irgendwann während ich weglaufe falle es um so wie der jetzt gleich lass mich in Ruhe so hab's dir doch gesagt ok ich glaub den krieg ich nicht so ein weiteres erstmal Chatcode aktivieren ach Gott, das hat mich dann gleich da rein so hm kann können wir ihn abnehmen Krono-Stab ja komm Kessner-Stab was kann der? erhöhte Blitzreichweite Blitzblitz ein Blitzblitzblitz na gut oh ich glaub für meine Kombi nicht das ist so schlecht das ist so schlecht den mach eigentlich mal der scheint ja ganz gut zu sein ja klar na klar ach komm hör doch auf ah wie soll denn oh Gott ok oh ja oh 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 ja komm um jetzt falte ich denke ich f Jahre nicht hin oooooa..... OAA Callshoe ohhhhh IGNNARIC kWiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioo hetoplata Ich glaube da kann ich nur im Kreis rennen. In der Hoffnung, dass sie sich selber ausschalten, die Jungs. Oh Mann, 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 lass mich in Ruhe, bitte! Warum bin ich jetzt da hoch? Ich habe jetzt natürlich nichts gesehen, dass ich... Das ist ein Kratz-Massler, was ich jetzt in einem Witz zaubergen wollte und dann mit einer selben Scheibe machte. Okay, 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 ich kann es euch, ich schütteln was. Ich habe jetzt ein Kratz-Massler, was ich schütteln, was ich schütteln, was ich schütteln. Wow, ich schüttelte, was ich schütteln, was ich schüttelte. Also, ich war es. Ich schüttelte, was ich schüttelte. Aaaaaaah! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Oh Gott! Das ist so knüpig hart! Oh Mann, oh Mann! So cooperation mit mir, Dopierk. Oh Mann, oh Mann! Oh Mann, oh Mann! Oh Mann! Et換 das, ja! Oh Mann! Oh Mann, oh Mann! Oh Mann! Let's go! Puh, okay. Puh, okay. Attacke. Seid keine Gnade. Truft Mutti. Seid Zauberer. Zwei Rüssis. Neue Rüssis. Und ein Digger. Jetzt sind die anderen zwei halt schon weg, die ich gerade eben gemacht habe. Aber ich gehe trotzdem nur runter. Ich traue den Leuten nicht. Ich denke, ich habe schlechtere Chancen. Nichts. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ich bin zu wenig der Fisch. Ich bin mit Brücke hängen geblieben. Ich habe so ein dummes Gefühl, oh ne, das werden sie von unten alle kommen. Oh, die kommen da gar nicht durch, ich glaube das gefällt mir. Oh, das ist, ist das das aktive Sinn? Oh, das ist natürlich. Das ist natürlich. Oh, das ist natürlich. Oh, das ist natürlich. Ach ne, nein, nein. Aufgepasst. Ach, ich bin doch ein Idiot. Aber jetzt mache ich, ach. Ich glaube, das wird die schlechteste Folge wie bisher. Ach Gott, scheiße. Ach, das wird dämlich. Ach, kommt schon, kommt raus. Ah, ich brüche halt mit dem One-Head-Tend, die mit dem Hammer kommen. Da kann man gar nicht zu viel machen. Aber ich mach das jetzt gleich. Oh. Da unten ist noch einer. Da soll ich den Hebel drücken. Ich will das jetzt nicht müde schwer machen. Dann krieg ich den so. Einer mehr oder weniger wird es auch nicht ankommen. Oh, fernos ist. Oh, das ist ja noch nicht. Oh, das ist ja noch nicht. Oh, das ist ja noch nicht. Oh, das war es. Oh, das war's. Als Rinder Gucken ob das hier alles so bleibt Das kann ich mir wieder aufpassen Das ist schon wieder das gleiche Ach komm ey, hör doch auf Das ist schon wieder das gleiche Pocket känny Dieπειä de scheißröstung her Ich gehe hier auf Mäuse Das war's. 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 So, Das war's. 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 It's... Das war's. 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 ... Okay. Oh, yeah. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Das war's.